der lanze bringt uns nichts die led auch nicht und alles andere ist eigentlich nichts wert weil das meiste haben wir selber verkauft so entscheiden zeit die letzte können weg schwerte können auch alle weg sie will das kann weg sperr büten 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 zaubermacher wälzer bei dem bin ich mir nicht so sicher das kann alles weg das kann weg schild 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 weg starb 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 streit kommen so bei der zaubermacher welt dann bin ich mir noch nicht so sicher schmelzziegel platten panzer naja ero bergk verkauf ab für bus und geschwindigkeit guter platten panzer ist auf jeden fall besser als die von den schmelztiegel retten dankeschön dass du mir das alles abnimmst ja hier kannst du auch noch ein paar sachen haben von so aber den rest will ich erstmal behalten also der sagt schon mal nichts darüber dass vielleicht ist es noch gleich hier wirklich angekommen das redrick weg ist das könnten wirklich schwester vielleicht noch sagen da braucht sie sich keine sorgen mehr um ihr kind zu machen aber der baum ist leer der baum sieht tatsächlich der aus oder müssen wir erst hingehen das ist der letzte von ihnen tun alles was wir können sind dörfler ok die sind beschäftigt wo greift kraftig an du du bist derjenige der für sich auf geld dieses schwachsinnigen verhält dass er ermollet hat er zieht die nase hoch sicherlich verstehst du dass ich deine anfang bezüglich haus und land jetzt nicht mehr bearbeiten kann ok scher dich weg wenigstens finden die armen leute jetzt frieden die sie da einfach aufgehängt haben und da hängen und verfaulen haben lassen du hast die frühe kunde auch schon gehört du sagst nichts neues schade ja dann wollen wir jetzt einmal übernachten und hey die anderen boni sind abgeschlossen er abgelaufen ok so du hast es auch schon gehört ja ich hätte gerne einmal noch mal entschlossenheit zwei schriftrolle des schutzes also das sind die hier oder umhangen vielen federn gewandtheit athletisch das ist eigentlich genau das richtige für dich dann bekommst du eben den hier und das geht zu ihm heilung wissen wissen stimmt ich habe hier ja noch diesen ein gebrauchsgegenstand welche empfinde da sagt gar nie hat eine eichenfigur des karabiers beschwören drei weise kiefer einmal pro ruhephase beschwören adra kiefer ja klingt weitläufer mäßig oder wenigstens droiden mäßig der trick war jetzt wirklich recht leicht muss ich sagen diese kopfgeldjägerquests hingegen sind recht anspruchsvoll aber ja gut der waldlaucher geht eigentlich fast fast was nicht geht sind diese Würms Wie weit ist mein Kerker? Noch 22 Stunden, ok Eifriger Ausdauer Verteidiger Ok, dann nähern wir uns dem Adra mal Äh Sphären sind kein Problem für mich So Oh, Ibutak ist ausgeschaltet worden Ok Ein Quicksave Ob wir eigentlich waren Sondern das Ibutak regeneriert Das war eigentlich fast schon nicht der Rede wert Ibutak So Äh Habe ich nicht das Ding ange... Achso, ich hab's So So ist das viel besser Geächteter Waldläufer Du hast nicht so viele Truppen Ok Einmal auf den Geächteten Waldläufer Schießen Und zurückziehen Dorens Macht Ja, du nicht Au Ok, diese Macht Die brauchen wir nicht mehr Sprechen Weil die klappt Irgendwie nur auf Dorens Au Palegina Kriegt ordentlich Eins drauf Geächteter Priester Geächteter Waldläufer Geächteter Zauberer Alof Auf den Zauberer Au Gesetzloser Baba Geächteter Zauberer Löwengefährte Gerissener Zürcher Nochmal Neuladen Das ging Irgendwie Vollidios Das kann doch nicht sein, dass all die Kopfgeldquests noch so schwer sind So Das ändern wir wieder um Sure Weil das eine ist ja richtig mit dem Bewohner Ja So Nochmal Quick Save So Du Rückzug Du machst Deinen Grässlichen So Geächteter Mönch Angriff Du kannst schon mal den da zaubern Und du machst noch deinen Schutz Und schon bin ich schon mal draußen Und schon bin ich schon mal draußen Geächteter Priester Hey das ist irgendwie noch gar nicht zu schaffen Die sind nämlich noch schwieriger als die anderen Magranskabelung Schnell speichern Laden Okay Die Kopfgeldquests sind definitiv ab Stufe 8 rum Habe ich so das Gefühl Sure Okay Was Was könnte ich als nächstes machen Äh Fragmente Äther Das ist Kanna Meister der Tiefe Die lange Jagd Klagende Todes Fies der Leuchtturm Gewesen Asche des Glaubens Äh Die Vergessenen Ja Die Vergessenen könnte ich auf dem Rückweg machen Wenn ich Über die Waldendebenen Über die Adelweltbrücke nach Todesburg zurückkehre Will auf jeden Fall die Feuerebenen besuchen Bevor ich in die Stadt zurückgehe Also Waldendebenen Feuergebietbrücke Trutzbucht Dann machen wir halt in Trutzbucht erstmal weiter Die Main Quest Und die Nebenquests Die es noch gibt Die wir da noch haben Äh Fürst bringen wir noch Ein grausamer Herrscher aus dem Norden Ist in der Festung eingetroffen Auszahlen Eskorte aussenden Oder auszahlen Äh Ich speichere jetzt mal kurz Quick Save Ist der Typ in meinem Kerker oder was Ja Kerke ist fertiggestellt Da gucken wir mal kurz in den Kerker Während jetzt mein Burghof gemacht wird Ich steche auszahlen Bis zum nächsten Mal Ich habe es schon mal kurz in den Ort